wir haben heute video nummer 23 ja unglaublich wir sind bei 23 angekommen und ich bin gespannt was wir heute als letztes basteln denn morgen haben wir was ganz besonderes für euch heute gibt es glasuntersetzer auf einer schönen festtafel ich habe mal so eine kleine festtafel hier aufgestellt davon könnt ihr natürlich ganz viele machen und habe hier die untersetzer darunter gepackt damit ihr schon mal seht worum es geht also ich habe vorlagen und habe mir dann aus filz kleine untersetzer geschnitten und die gläser gepackt das sind einmal ein sternchen und einmal eine schneeflocke so wie könnte natürlich passen zu ihrem geschirr machen ihr seht schon ein bisschen den farben angepasst und ich habe auch eine vorlage für euch die findet ihr hier unter dem video könnt ihr einfach von unserer webseite runterladen ausdrucken schneidet die vorlage aus legt sie auf den filzbogen am besten mit mit einer stecknadel festmachen herum schneiden und schwupps ist es fertig ist wirklich eine kleine bastelei aber richtig große wirkung oder meint ihr nicht also ich finde es richtig schön und ich wünsche euch morgen am heiligabend ganz viel spaß mit eurer familie und ein wunderschönes weihnachtsfest schon mal vorab falls ihr morgen nicht schafft rein zu hören dabei haben wir was ganz besonderes für euch deswegen schaut euch morgen unser video an und ja viel spaß schöne weihnachten gebt uns einen daumen nach oben wenn ihr eine sekunde zeit habt abonniert unseren youtube-kanal ich freue mich auf euch im nächsten video bis dahin tschüss